Hallo zusammen. Ja, Heimspiel gegen den FV Wiel. Ich finde, wir haben die Sache gut gemacht, sind bei sonnigen Temperaturen, wirklich widrigen Umständen, Fußball zu spielen, mit 1-0 oder 0-1 in Rückstand geraten. Ja, zuvor meines Erachtens ein Foul an dem Moharam Cicic, das nicht geflötet wird, auch bei einer großzügigen Linie. Gut, resultiert dann das 0-1 raus, haben wir geschluckt, haben im Gegenzug dann auch einen Freistoß aus einer Position bekommen, wo ich jetzt vielleicht auch kein Foul für uns in dem Fall auch gegeben hätte. Egalisieren durch den FV, klemmt dadurch auf 1-1, was super wichtig war, auch zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann haben wir es meines Erachtens gut gelöst, haben viele Spielanteile für uns entschieden können, die wichtigen Duelle gewonnen, haben uns sehr gut auf den Gegner einstellen können und ja, von daher denke ich, dass das Ergebnis am Ende so in Ordnung geht und ja, freuen uns auf die nächste Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.